Ja komm! Juhu! Nee, geh nicht! Nein! Ich bin tot! Unter dir ist Lava! Geh weg, geh weg, geh weg! Über dir ist Lava! Oh schon, der ist jetzt! Achtung, hinter dir! Den kannst du töten! Ist der tot? Ja! Moin alle, willkommen zu einem weiteren Video! Heute ein bisschen Skywars! Mit dabei ist der Tobi! Hallo! Und ich hab heute Geburtstag! Okay, hab eigentlich eine Freude! Ist ein bisschen komisch damit zu reden, weil ich nehme das Video mit einem Pfarrersauf! Aber, wenn ihr das Video seht, habe ich Geburtstag! Krass, ne? Ich werde ganze 16 Jahre alt! Nee, 16 Jahre alt! Hast du eine Pigge? Nee, aber ich hab... Ich hab drei! Nein! Wo soll ich hin tun? Das TNT? Ich hab selber Feuerzeug! Nee, nicht Cent, bitte! Feuer! Ja! Ja! Ja, nach Hause! Äh! 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 Scheiße! Aua! Aua! Nee, wir gehen runter, komm! Ja, ich bin... Hat der überhaupt Schaden bekommen? Oh, der war easy! Mann, ich hab null Kills, ey! Du stolpst ja alles ab! Hätte Geburtstags-Explosion am Start! Komm, Wasser weg! 3, 2, 1... Äh, ich dachte wir gehen runter, nicht Wasser weg! Kann der eine der von unten sein? Alter! Oh, ich hab meinen Kill bekommen! Nein, der hätte mich... Der wolle mich runterhauen! Ich bin oben! Nicht sterben! Habe ich! Nice! Den baust du da? Okay! Sag, wenn ich runtergehauen werde! Du bist runtergehauen! Nee, noch nicht! Aber warte mal! Achtung! Er ist bei mir, Dani! Hey, ich merk's! Moin! Na, alter! Bist du tot? Nein! Schnell bin ich gleich! Ich bin One-Hit! Warte mal! Ah, ich komm hoch! Nicht sehen! Da ist er! Da, willst du ihn töten? Oder soll ich sprengen? Spreng-Schenkel? Ja, komm! Juhu! Nicke nicht! Alter! Ich bin tot! Nein! Doch! Mann! Ah, fuck! So, wir sind in der nächsten Runde. Und jetzt könnt ihr mal rechts abstimmen, ob ich öfters mal Skype was bringen soll oder nicht. Ich würd's gerne machen, aber wenn's ich's gar nicht mal will, dann halt nicht. Bestimmt auf Platz oben rechts ab. Das wäre hier frech. Dankeschön! Hast du irgendwie... Das war ne fette Anmoderation, Alter. So krass war ich noch nie. Geh mal weg! Geh weg! Ja, weil ich hab schlechte Erfahrungen mit den Typen. Auf allem wenn man drin steht. Boom, boom, boom. Wart kurz! Wie im BW. Oh! Hallo! Dann fahren wir runter. Ich geh mal hier hoch. Der hat sich vergift. Ne, der brennt. Ey, der kriegt zu viel Fallschaden. Kannst du im Wasser setzen, bitte? Das war mega krass von dem. Da ist einer! Ich hab grad noch... Der hat mich mit DP hingeworben. Ich bin fast tot, ey. Okay, vier Herzen ist nicht fast tot. Achtung! Unter dir ist Lava! Geh weg, geh weg, geh weg! Ah! Oh, schon des jetzt! Ist da eh nur noch einer da? Oder lebt bei den? Der ist nur noch einer. Der andere ist tot! Den haben wir jetzt getarcht. Warte, hol den hier. Lass ihn verbrennen. Qualvoll. Ob ich den Kill bekomme, ja hab ich. Ah, nein! Ja, ich bin tot. Nee. Alter, warte, krass. Echt auf, hatte keiner mit Ender? War der, oder war der schon da? Keine Ahnung. Doch, ich probiere noch in der Runde was zu reißen. Was denn? Komm zu zweit, was soll ich da jetzt machen? Er ist hinter dir. Achtung, hinter dir. Den kannst du töten. Ist der tot? Ja. Ich habe ihn einmal gehittert und bin durchgerannt. Belastend. Ja. Das hat mich hochfahren. Ja. Ist aber risky. Nicht, jetzt geht er unten rein. Ja, er ist runtergefallen. Naja. Warte, komm nicht los. Dann jetzt. Lowground. Ja, er hat mir Lowground gegeben. Scheiße. Ich habe hier... Easy. Was war denn des krasses, Alter? Äh, drei Spieler, wo es denn jetzt ist? Ist es ein zweier Team? Ja, danke dafür. Ey blali. Das hast du... Sollte ich mich davor stellen. Geh weg, geh weg. Boah, weggegangen. Dann wäre ich gut. Das hört sich hier schön an. Hat die Fahnen bekommen. Das ist ja... Warte, den kannst du runterhauen. Schön, hinter dir. Komm ich erstmal hoch. Ist sicher, ist sicher. Wird fast keine Q, der ist für sie. Warte, ich warte, bis er sich so hinstellt, dass ich ihn runterhauen kann. Nein. Nicht. Himmel. Doch. Torex hat gewonnen. Gigi, Allah. Ja, du bist jetzt leider gestorben, aber ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns an dem nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.